Und ich muss sagen, lachen Sie da nicht, lachen Sie bitte, ich finde es eine Respektlosigkeit, am Setplatter gegenüber, dass er sich überhaupt noch an eine Wiederwahl stellen muss. Das finde ich eine absolute Respektlosigkeit. Er, der diese Organisation aufgebracht hat, den Weltfussball gefördert hat, er, der den gemeinnützigen Verein so top führt, gerade in dieser heutigen Zeit, wo man durch die freiwilligen Arbeit in den Vereinen wieder mehr ist. Okay. Victor? Ja, ich muss, ja, bitte sehr, ich habe eine Sommerpause nach, ich muss den Wohnungszins auch bezahlen, Mike. Echt? Halb und halb? Ja, ich habe die Hälfte, halb. Also, Setplatter hat das Herz am rechten Fleck, muss man sagen. Man kann sie nicht total verbessern, aber mach doch diese Welt, make the world a better place. Also, er ist, wenn ich ihn richtig verstehe habe, für eine Butterwelt, oder? Ja, das ist für eine Walliser Alpenbutter, die wir in der ganzen Welt verkaufen. Butterwelt. Was war sonst noch diese Woche? Japan. Japan, jetzt, was sagst du? Ja. Für, dass also so Atomkatastrophen theoretisch gar nicht möglich sind, passieren sie eigentlich zu oft. Ja. Theoretisch, also statistisch, sollte so etwas nur alle tausend Jahre passieren. Jetzt haben wir in den letzten 30 Jahren, haben wir Harrisburg, Tschernobyl, Fukushima. Das heisst, in den nächsten 3000 Jahren sind wir mit der Atomkraft auf der sicheren Seite. Und, zuerst muss man mal ganz seriös die Untersuchungsergebnisse aus Tschernobyl abwarten. Da muss man mal herausfinden, ist das schlecht gewesen, oder ist das gut gewesen, ist das kein Problem gewesen dort. Weil ich habe ja gehört, sagen, dort sei ein wunderbarer Naturpark entstanden, nicht? Mit einer explodierenden Biodiversität. Dort hat es fleischfressende Schmetterlinge, die leuchten, nicht? Das müsste eigentlich jedem Naturschützer gefallen. Und ich meine, bei uns in der Schweiz, der Direktor des AKW, Mühleberg, hat gesagt, dass man seit dem Bau des AKW für die Sanierung mehr ausgeben hat, als den Bau des AKW seinerzeit kostet hat. Ach, Wahnsinn! Ich kenne das. Ich hatte mal so ein Auto. Also seitdem verzichte ich also auf die billigen osteuropäischen Marken. Und man muss jetzt auch mal aufhören, immer auf diesem Mühleberg herumzutramplen, auf einem AKW, der selber ja kaum mehr stehen kann. Die japanische Regierung, die präsentiert sich ja jetzt immer in so hellblauen Anzüge. Da muss man sagen, bei Katastrophen ist unsere Regierung schon viel Stilfauer. Das ist einfach... Das ist einfach klar. Also bei uns würde die Nagra gerne bohren. Die Endlagerung vom radioaktiven Müll ist ja noch nicht gelöst. Der Direktor von der Nagra hat jetzt gesagt, ja, das sei nicht so kompliziert. Wir müssen den Müll einfach eine Million Jahre lang in einer sicheren Steinsgeschichte lagern. Und das sei überhaupt kein Problem. Was? Eine Million Jahre? Also da gibt es eine Organisation, die hat einen Direktor, der weiss, was in einer Million Jahre ist. Ja, der weiss das. Was hat denn der so für einen Herkunft-Hintergrund? Ja, der ist entweder Scientolog oder Kreationist oder hat es von Madame Etuale, ich weiss es auch nicht. Ja, klar. Vielleicht ist er ein Fan von Mike Schiva, oder? Grüezi und herzlich willkommen zu Mike Schiva. Freut mich, sind Sie dabei. Rund um die Aussehme für Sie da, wenn Sie Fragen haben zu Liebe, Berufsfinanzen oder auch Zukunft. Ich sehe gerade, wir haben einen Anruf in der Leitung. Mike Schiva, hallo. Guten Abend, Herr Schiva. Ich bin vom Bundesamt für Energie und möchte gerne wissen, wenn die AKW Mühleberg und Beznau abgestellt werden. Mühleberg und Beznau. Und wie heisst du? Mein Name ist gut, nix zur Sache. Nix zur Sache. Mühleberg und Beznau sind ja ein Paar. Nein, das sind Kernkraftwerke. Und was habt ihr für ein Geschlecht? Nein, das Kernkraftwerk. Sächlich. Ah, intersexuell. Ja, was sagen Karten? Also ich sehe hier so ein Atomkraftwerk, kostet pro Minute 3000 Franken. Da bin ich ja direkt preiswert. Und du willst jetzt eine günstigere Energieübertragung von mir? Nein, ich will nur wissen, zu welchem Zeitpunkt mit diesen Kraftwerken wirklich fertig ist. Weisst du, manchmal muss man eine Beziehung einfach beenden, wenn es nicht mehr stimmt. Ich würde mal mit einem Therapeuten reden. Aber der Atomausstieg ist teurer. Je früher, desto teurer. Du musst einfach einen guten Anwalt haben. Ich sehe gerade, da kommt noch ganz viel Wärme auf dich zu. Yes, es geht wahnsinnig viel Wärme. Also für eine lange Zeit, sicher noch 24'000 Jahre. Sagen Sie jetzt endlich, wann der Ausstieg kommt? Schau, das ist die Karte der Apokalypse. Du weisst, was das heisst? Ein Schweizer AKB explodiert. Wann? Also vor den Wallen im Herbst sicher nicht. Das hast du ja auch immer wissen. Aber schau doch mal auf einen Job in der Solarindustrie. Und es würde mich gar nicht verwundern, wenn man in zehn Jahren würde sagen, dass die Umweltschützer das von Kuschima völlig überinterpretiert haben. Halt, halt. Das hätte schon ein bisschen eine andere Dimension. Hermann, wenn ich nicht genau wüsste, dass du tief in deinem inneren Herz ein Bürgerlicher bist, würde ich jetzt sagen, du redest wie ein Grüner. Aber Elion, doch, es ist halt eine Tatsache, dass das Plutonium nicht ganz ungefährlich ist. Und darum geht es auch diese politische Diskussion damit. Das ist keine Diskussion mehr, das ist ganz ein hysterisches Geschrei. Und die Umweltschützer wollen das von Kuschima einfach für sich interpretieren und für sich instrumentalisieren. Sie würden vielleicht gescheitert mal ein bisschen nachdenken und vielleicht auch mal ein bisschen schwiegen. So wie der, wie heisst er da, der junge, sympathische Bauer aus dem Toggenburg? Der Toni Brunner. Ganz genau. Das ist ja eine Wohltat, wenn er im Gegensatz zu allen anderen, zu der Kernkraft vor allem schwiegt. Das ist eben noch ein richtiger Bauer. Bauern haben nämlich früher noch viel mehr geschwiegen. Meine urgrosse Mama ist ja eine Grossbäurin gewesen. Und sie hat sehr viel geschwiegen in ihrem Leben. Leider hat sie es nicht vererbt. Gut, ganz stimmt das ja jetzt nicht mit dem Schweigen von der SPB. Sie sind jetzt drei Wochen in eine Klausur gegangen. Sie sind zusammengeguckt, heiser überlegt, wer ist die Schuld für diese Probleme mit der Dominikin. Und dann haben sie zuerst gedacht, sind es Minarete? Dann haben sie gesagt, nein, nein, geht nicht, geht nicht. Ist es, weil wir Schweizer zu wenig Waffen zu Hause haben? Geht auch nicht. Nein, nein, nein. Sind es Sozialbetrüger? Nein, nein. Einen Scheineninvaliden? Nein, auch nicht. Hey! Die Ausländer! Bingo! Ja! Die Ausländer sind schon natürlich klar. Wir haben sofort nicht von Zuwanderern, sondern von Strom verbraucht. Ja, ja. Und Ausländer sind für mich Atomschmarotzer. Absolut. Zum Beispiel gibt es ja wahrscheinlich zwei, drei Ausländer, die auch jetzt unsere Sendung schauen. Und mit diesem Sendung schauen brauchen sie wieder Elektrizität. Wir brauchen das Atomkraftwerk. Sie, Ausländer, nichts schauen, Fernsehen. Strome, Strome brauchen. Ich sage noch, sie soll den Ton abschauen. Ja, Tonne abstellen, schwarze, weisse. Nein, der Toni Brunner hat es zu Recht gesagt, beim Strom sparen muss jeder bei sich selber anfangen. Ich habe jetzt meine Putzfrau, sie ist Ausländer. Ich habe nicht verboten, den Staubsauger zu brauchen. Ich habe ja persönlich nichts gegen Ausländer. Aber dass alle Parteien jetzt solche Huren seich zum Teil rauslassen, wegen den Ausländern, das haben wir ja nur wegen den Ausländern. Mittlerweile wäre ich auch froh, die Ausländer wären da. Ja, natürlich. Heutiges Thema, Steuererklärung. In Sonderlanders, der Arbeitgeber tut dir das Türen direkt vom Lohn abziehen. In Schweden, du musst am Stahl selber sagen, was verdienst. Wenn du mit deinen Kollegen blufst, mit wie viel Kohle du verdienst, musst du aufpassen. Wenn das auskommt, musst du nachher auch viel Türen zahlen. Wenn es dir gleich ist, was deine Kollegen von dir denken, wenn du zurückkommst, mit Geld, ich bin ein Lusser, musst du nachher auch fast keine Türen zahlen. Darum sind die Schweizer nicht gut im Bluffen. Und wir armen Chäber aus dem Balkan, wo nicht gut sind im Bluffen, wir werden bei der Türen abgezogen. Kur raffiniert, aber schon ein bisschen rassistisch. Ich gehe sicher davon aus, dass die FDP den Felix Gutzwiller wählen wird. Die FDP wählt den Felix Gutzwiller und nicht den Christoph Blocher. Ja, das muss man dann noch schauen. Das ist jetzt noch Diskussion im Gang. Ja, natürlich muss man schauen. Wäre jetzt gerade ein guter Moment, zu schauen. Also wir würden helfen, zum Mitschauen. Hat denn so ein gesellschaftsliberaler, wie Sie sind, überhaupt noch eine Chance in dieser Partei? Ja, also ich fühle mich sehr wohl im Freisinn. Und da haben Sie recht. Ich bin dran, wir sollten ab und zu ein bisschen mehr wagen. Also. Also finde ich schon mal nicht schlau. Das ist ein Ansatz. Wir füllen natürlich auch heimlich ums Glattis. Ich nehme einen Kaffee mit Creme. Wir machen jetzt eine Initiative, eine Bürokratie-Apo-Initiative. Die machen ganz speziell für die Sendung. Weil wenn die angenommen wird, dann muss Maik Müller als Protokoll nicht mehr schreiben. Genau, und dann ist er überflüssig. Dann hast du eine Schlenker-Sendung. Oh, ja, Schlenker, merci. Die CO2-Abgabe, die ganze Diskussion, ist ja relativ umstritten in der Schweiz. Sie ist ja im Parlament verhandelt worden. Sie ist sehr kompliziert. Und in solchen Momenten ist man einmal wieder froh ums Fernsehen. Hast du die Arena gesehen vor 14 Tagen? Dort ist endlich mal genau erklärt worden, wie das ist mit dem CO2. Sie kosten ganz klar mehr. Was die Partei aber alle gleich hat. Alle sind in letzter Zeit grün. Ein Atomkraftwerk erzeugt viel Energie. Vor allem, wenn es kaputt geht. Da geht ein Energieschub um die ganze Welt. Einige Parteien werden dadurch richtig angetrieben. Dafür geht anderen die Puste aus. Das ist so bei Wechselstrom. Da sind nicht immer die gleichen dran. Aber überall wird die freigesetzte Energie in Denkarbeit investiert. Dabei finden unsere Parteien heraus, dass sie schon immer gegen Atomstrom waren. Es ist ein Rätsel, wo die AKWs alle herkommen. Die wollte gar niemand. Wenn wir den erwischen, der uns die Dinger hingestellt hat. Unsere Parteien lernen wir jedenfalls neu kennen. Da gibt es die Grünen, die Grünliberalen, die Grünsozialen, die Grünfreisinnigen, die Grünbürgerlichen, die Grünkristlichen. Und die Volksgrünen haben die Solarenergie immerhin im Logo. Wir sind eine Öko-Nation. Die AKWs sind eher als Brauchtum zu verstehen. Was würde der Heimatschutz sagen, wenn wir das hübsche Ortsbild von Niedergösken so drastisch verändern würden? Zudem setzt sich die Schweiz aus humanitärer Tradition für die Kleinsten ein. Diese armen Atomli können ja nichts dafür. Aber für erneuerbare Energien sind jetzt alle. Außer wenn sie Staumauern, Windräder oder Solarpendels benötigen.